Ich spiele akustische Gitarre. Man Gitarre akustik misenem. Mögen Sie die elektrische Gitarre? Aya Gitarre berghi duos dari? Das Saxofon spielt schöne Musik. Saxofon sedaie Gashangi darad. Das Konzert beginnt um 8 Uhr. Ein Orchester hat Streichinstrumente, Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente und Schlaginstrumente. Eine Symphonie wird von einem Orchester gespielt. Ich lerne Schlagzeug zu spielen. Der neue Musikshop bietet Gitarrenunterricht an. Sie liebte es, zu singen. Als ich ein Kind war, gaben mir meine Eltern Klavierunterricht. Jede Kultur auf der ganzen Welt hat seine Musik. Der Doodle-Zack kommt aus Schottland. Die Gitarre kann romantische Musik spielen. Einen Musiker, der Klavier spielt, nennt man Pianist. Carnegie Hall ist ein weltberühmter Konzertsaal. Carnegie Hall ist ein Ort. Rockmusik in den Vereinigten Staaten. Rockmusik begann in den Vereinigten Staaten. Ich höre gerne die Flöte spielen. Er ist ein Geiger. Eine Gruppe von Musikern, die zusammen auftreten, nennt man eine Band. Wie viele Songs hast du auf deinem iPod? Früher habe ich Musik auf CDs gehört. Dies ist mein Lieblingsradio-Zender. Dieser Klub spielt live-Musik am Wochenende. Mein Bruder ist auf Tour mit seiner Band. Ich habe einen Job, Konzerte vorzubereiten. Wir brauchen jemanden, der Bass-Gitarre für unsere Band spielt. Wir brauchen jemanden, der Bass-Gitarre für unsere Band spielt. Diese Gitarre muss gestimmt werden. Das Didgeridoo ist ein australisches Instrument, das vor tausenden von Jahren erfunden wurde. Sie spielen das Didgeridoo wie eine Trompete. Schauspieler im Theater werden manchmal Miemen genannt. In einem Live-Theater aufzutreten ist schwieriger als in Filmen. Ich bin nervös live vor einem Publikum aufzutreten. Wir haben Proben jeden Abend in dieser Woche. Wir werden unseren Freund in dem Show spielen sehen. Wir möchten mit mir ins Kino gehen. Wir möchten mit uns ein Film beenden. Lassen Sie uns etwas Popcorn holen, bevor der Film beginnt. Warum kommst du nicht zu mir nach Hause und wir sehen uns einen Film an? Ich werde ihre Zeilen mit ihnen proben. Das Studio stelle Ton-Techniker für den neuen Film an. Die Hauptrolle des Stückes erfordert singen und tanzen. Ich hoffe, dieser Schauspielunterricht wird mir helfen, Schauspieler zu werden. Mein Bruder schreibt ein Drehbuch für ein Theaterstück. Ich glaube nicht, dass er ein guter Schauspieler ist. Der Film hatte großartige Spezialeffekte. Ich mag keine Horrorfilme. Dieser Film war schrecklich. Es gibt einen neuen James Bond-Film. Der Film ist ein Modell und eine Schauspielerin. Er ist ein Modell und ein Schauspieler. Das ist eine Zeiss. Bis zum nächsten Mal.